Hallo liebe Leute, ich bin Maraike Kiel, ich war im Assassin 2015. Mein guter Freund Prashant hat mir erzählt, dass ihr in Berlin Bihar Divas feiert. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, ich kann leider nicht dabei sein, wünsche euch dennoch einen super tollen Tag. Also in English, I wish you all a happy Bihar Divas.